Oberkommissar Keynes, mein Name ist Smith, mein Kollege. Sie sind Herr...Wolf? Wir nahmen Sie in Gewahrsam aufgrund eines Raubüberfalls und uns liegen Beweise in Form von Videomaterial und Zeugenaussagen vor. Wollen Sie sich da angehen äußern? Sie können mir gar nichts beweisen. Zeigen Sie mir das Videomaterial. Das brauchen wir nicht. Wann soll denn das gewesen sein? Am 13. November gegen Abends. Das kann ich gar nicht gewesen sein. Und wissen Sie warum? An dem Tag war ich Pokerspielen mit Händel und Gretel. Wie jeden zweiten Mittwoch im Monat. Würde ich mich verarschen, Mann! Großes Geld. Welches Geld? Das Geld, das Sie am 13. November gestohlen haben. Können Sie sich nicht dran erinnern? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Die größere Menge an Geld abliegen, Frau? Und wie viel? Alles was da ist. Wann hast du denn so große Augen? Halt! Amigo, Amigo! Will ich kaufen unser neues CD? Gruppe per Stadtmusikanten. 1 Euro. 500 Liter! 2 Euro. Okay, ich hab's gestohlen. Aber wir werden es eh niemals finden. Aber du such mir deine Wohnung. Meine Wohnung? Das dürfte doch gar nicht. Doch. Wieder aus. Warum hast du nicht viel gepackt? Ist alles frei? Die Luft ist hier ziemlich dünn. Weiß nicht. Denkst du, wir finden es, gell? Weiß nicht, was willst du? Weiß nicht. Wölfe sind in der Regel ziemlich primitiv. Ah ja, hier ist die Bude. Alles klar? Ja, gut. Wie kommen wir jetzt rein? Ach, bringen wir rein. Achso. Okay, ich da und du da. Alles klar. Wir kochen an allen Ecken. Okay. Hey, ich glaub ich hab was. Ah, ne doch nicht. Hey! Was? Ich hab's gefunden. Herr Wolf, die Lage ist relativ klar. Wir haben das Geld bei Ihnen zu Hause gefunden. Was wird? Füllen Sie ihn bitte ab. Fertig. Wir stehen sehr oft. Hände hin, rück. Fertig.